Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihn schwebt, breitete der Herr seine Fittische aus und nahm sein Volk und trug es auch seinen Flügeln. Hier spricht Simon Krug aus Ellerstadt, Friedelsheim und Gönheim. Guten Tag. Haben Sie schon mal einen Greifvogel beim Fliegen beobachtet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Ihnen zu sehen, wie er seine Schwingen erhebt und sich in die Lüfte erhebt. Sie haben ja schon sicherlich gemerkt, dass ich eine Vorliebe habe, über so manches Tier zu predigen. Jedes Tier ist besonders aus seiner Art und Weise. Auch in der Bibel hören wir von Greifvögeln, vom Adler. Direkt oder indirekt. Sogar schon im ersten Buch Moses sind die Anklänge da. Der Adler beim Fliegen, getragen im Wind, So heißt es in Genesis 1, Vers 2. Zu deutsch heißt das, Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Vielmehr über den Wassern. Das Wort, welches hier mit schweben übersetzt ist, spricht von dem Moment, wo der Adler sich mitten im Wind in der Höhe tragen lässt. Ein Moment der absoluten Hingabe, des absoluten Vertrauens. Ein wunderschöner und tiefer Moment. Und dann? Fünf Bücher weiter wird davon berichtet, wie der Herr das Volk durch die Zeiten hindurch trägt, so wie ein Adler seine Flügel ausbreitet und seine Liebsten, sein Volk mit in die Höhe nimmt. Und die absolute Geborgenheit. Und dieses pure Getragensein uns getragen werden. Es ist ein starkes Bild. Ein wunderschönes Bild, das mir persönlich sehr tief zu Herzen geht. Und es gilt auch heute noch. Der große Gott kommt aus seiner Höhe zu uns, seinen geliebten Menschen. Er breitet seine Flügel über uns aus und setzt uns sogar darauf, um uns mitzunehmen in die Höhe zu ihm. Es klingt wie eine Geschichte, die einmal sein wird. Aber es ist zeitlos. Es geschieht jederzeit. Gott beschirmt uns. Gott hilft uns auf. Er spricht zu uns. Schafft uns ein Bewusstsein auf Augenhöhe mit ihm, sodass wir selbst dazu fähig werden, uns zu erheben ins Leben hinein, in den Wind der Zeit. Amen. Lass uns beten. Gott, du da oben. So mag ich manchmal beten. Aber du kommst zu mir. Begegnest mir auf Augenhöhe. Wie ein Adler breitest du deine Flügel aus über alle, die zu dir gehören. Dabei bleibt es aber nicht. Du machst uns stark. Nimmst uns mit auf deine Flügel. Hilfst uns hinauf in die Höhe. Lässt uns Höhenflüge machen. Mitten im Wind der Zeit. Deine Liebe, dein Blick auf und zu uns, lässt uns stärker werden, als wir uns selbst sehen. Er lässt uns freier werden, als wir uns fühlen. Lässt uns ruhiger werden, als wir uns selbst hören. Und reifer werden, als wir es uns fühlen. Amen. Geht unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 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 Vielen Dank.